Musik 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 Pfff, fragt mich nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Aber echt mal. Hä? Aber das fällt mir stets auf. Warum fahren wir ohne Geräusche? Okay, das ist sehr, sehr, sehr komisch. Okay, das ist bloß ein, ähm, kleines Schiff. Warte, was sehe ich denn da hinten? Okay, das ist noch ein anderes Schiff. Musik So, dann machen wir hier erstmal fertig. Musik So, der ist tot. Komme ich hier irgendwie hoch? Hm. Scheint mir nicht so. Gehen wir mal kurz zu dem da hinten. Und schauen da mal vorbei. Ach du Scheiße, das ist ein großes. Oh, die spawnen da außen. Wow. Oh. Ah, da rum. Komm schon. What? Jetzt hab ich mein Schiff kaputt, mein, mein Boot kaputt gemacht. So. Den waren wir hier auch gleich fertig. Okay, der geht von alleine kaputt. Wgens Cut. Da alles müssen wir jetzt kaputt. Alta. Wo. Ich muss mich jetzt verarschen. Ja, hier. Gib mir die Wolle. Damit ich da hoch kann. Komm schon. Komm schon. Eine. Hoch zwei. Oh, nein. Gebt mir die Wolle. Ja. So. Hier ist alles kaputt. Hier ist nichts dran. Ja, supi. Warum bin ich denn hierher gekommen? Hier ist auch nichts. Na, dann. Auf geht's zum großen Schief. Oh, da komme ich, glaube ich, von Land. Leck. Ah, der schießt zwei Bögen, lasst aber, nimmt, null. What? Jetzt. Das stirbt. Jawohl. Was ist denn das für ein Kack? Das ist ja mega gefährlich. Was ist denn das für ein Kack? Aber, mir fällt, oh, Darkness ist, ah, ich hätte die ganzen Essenzen nicht mitnehmen sollen. Ah. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr aber, was mir gerade so auffällt. und zwar dass wir kein baumaterial baumaterial haben alle schieße sogar drei bürgen groß da taucht man muss so tief unter so fick dich mach ich das erstmal so dann schieße ich da einfach mal rein so jetzt sehe ich nichts wegen dem scheiß Pfeil was 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 mein Schwert hallo so jetzt komme ich da mal rein denn wir dürfen natürlich keine Viecher spawnen so du scheiß behinderte fuck spinne hier sind schon wieder scheiß schuhe so die mache ich je fertig oh oh ich glaube die machen mich fertig was 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 alter alter scheiße lass mich hier raus das war ziemlich scheiße sag ich mal so muss ich die mit dem bogen hier killen jetzt habe ich da nichts rausbekommen ich mache euch fertig komm her man haben die mich erschreckt ich bin ich hinter mir da einfach mal was explodiert dann kommen die da alle her halte hat 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 weil die funktionieren die 1 10 ok erstmal alles hier reinräumen gott ich habe alles mitgenommen ich bin ich halte ich fall immer ins Wasser so 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 so